Hallo Leute, willkommen zu dieser Sonderfolge, in welcher ich euch erzählen möchte, was ich im Oktober alles so vorhabe. Und nebenbei spielen wir ein bisschen Red Dead Redemption. Aber Leute, es regnet und ihr seht es, ich habe keinen Cowboy-Hut auf. Also irgendwoher bräuchte ich jetzt einen. Und da ist so ein Dude, der hat einen schönen Hut und den möchte ich jetzt haben. Also mal ganz kurz mitnehmen für so einen kleinen Ausritt. Los, komm her. Okay, das tut wahrscheinlich ziemlich doll weh. Also steige ich mal ganz kurz ab und fessel den Guten. Ei, ah, okay, jetzt muss er auf jeden Fall gefesselt werden. Das hat er verdient. Und wenn er sich dann nicht mehr wehren kann, wird er nochmal hochgepackt genommen. Einmal hoch. Und dann kommt er hinten auf mein stolzes Ross. Und wird gleich mitgenommen. Wir wollen ja hier keine Zeugen zurücklassen. Und hier ist mal ein schöner Hut. Oh ja, der steht mir gut. Dann geht es jetzt auch direkt weiter. Hoffentlich sind keine Zeugen in der Nähe. Nein, okay, gut. Und ich muss mal ganz kurz auf die Landkarte schauen. Ich möchte gerne zu den Ölfeldern und ich weiß gerade nicht. Ah, ja, okay. Das ist immer so eine Sache. So die ersten Momente bin ich etwas orientierungslos. Aber ich muss nur durch diesen Tunnel hier. Und dann kommen wir direkt zu so Ölfeldern. Und da will ich für ein bisschen Unruhe sorgen. Aber als erstes machen wir mal ganz kurz einen kleinen Test mit den NPCs. Und schauen, wie die so reagieren, wenn man mit einem Typen, den man entführt hat, so auf die Brücken des Pferdes so angeritten kommt. Also es wäre ja schon irgendwie nice, wenn sie da reagieren würden und dann sowas sagen wie Hey, was tust du da? Das ist aber nicht in Ordnung. Aber nein. Die chillen einfach so. Ja, ist das normal zu der Welt? Hey, Dude. Nee. Gar keine Reaktion. Ey. Das gibt es ja nicht. Ja, hier. Zwei Leute. Komm. Hey, hey. Schaut mal. Hallo. 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 Los, Rosinante. Ey. Wenn er jetzt direkt schon einen Pferdehuf im Gesicht hat, dann sollte er irgendwann mal reagieren. Ja, okay. Ja. Ähm. Gut. Das darf doch nicht wahr sein. Jetzt mit vollem Karacho nochmal rein. Ja. Mord. Okay. Das war vielleicht ein bisschen übertrieben. Ah. Und dann nochmal auf die Presse. Ei, 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 ei. Ja. Es läuft alles exakt so, wie ich es geplant hatte. Okay. Ich muss jetzt hier alle massakrieren. Alle Zeugen. Und wenn ich das geschafft habe, dann... Ei. Okay. Schnell weg. Dann überlebe ich das jetzt hier. Oh Mann. Nee. Ich muss mich jetzt mal kurz verpieseln. Am besten hier in den Tunnel. Und dann erschieße ich einfach alle, die versuchen, mir hinterher zu rennen. Gut. Also. Oktober. Was habe ich vor? Minecraft. Das ist natürlich eine Sache. Nebenbei verpasse ich so ein paar Leuten ein paar Kugeln. Ich habe zwei Projekte gerade noch am Start. Das eine ist ja mein Let's Play. Und das andere ist Projekt Schottland. Und in Projekt Schottland sitze ich gerade an einer gigantomanischen Festung. Es ist ein Tempel. Das hat sich jemand gewünscht. Und das hat mir einfach gerade richtig Spaß gemacht. Ja. Headshot. Und deswegen sitze ich da jetzt gerade dran. Und das dauert ein bisschen. Es ist halt wirklich riesengroß. Und da kommt ja noch so ein Dekorationsgedöns. Also noch irgendwelche Soldateneinzug. Ja. Okay. Also irgendwelche Soldaten setze ich da hin. Und dann kommen noch ein paar Bäume. So in das Land davor. Ich will auch noch einen Park anlegen. Das sind alles Dinge, die sind jetzt noch nicht fertig. Ich habe erst die Hälfte von den normalen so Steinstrukturen errichtet. Das dauert also noch so seine Zeit. Ja. Und ansonsten habe ich ja eben mein Let's Play am Start. Und da baue ich dann einen umgedrehten Worte. Wolkenkratzer. Scheiße. Nein. Oh. Verkackt. Los. Komm. Steh auf. Steh auf. Steh auf. Ja. Geschafft. Okay. Jetzt muss ich mal ganz kurz ein bisschen hier kämpfen. Und bam. In your face. Komm. Nächster. Hey. 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 Okay. Gecleared. Jetzt nach vorne. Und den Zug final entführen. Ja. Also wie gesagt. Ein umgekehrter Wolkenkratzer. Auf dem Berg Athos grabe ich mich dann einfach mal unter Fläche eines Chunks ungefähr. Nach unten bis zum Grundgestein. Und wenn ich das dann fertig habe. Dann werde ich dort meine Hauptbase haben. Mit allem drum und dran was man braucht. Das wird richtig nice. Irgendwann. Die Idee hatte der Belial. Und ich finde ihn mega geil. Da ist schon wieder so ein Blut. Los. Komm. Ach. Ich liebe dieses Spiel. Ja. Ganz kurz. Wieso Red Dead Redemption 2? Ich glaube das ist das erste Mal, dass ich dieses Spiel auch nicht gut geschossen habe. Nicht gut geschossen. Nicht gut geschossen. Egal. Das ist das erste Mal, dass ich dieses Spiel hier spiele. Weil ein Freund von mir. Der Ben. Sich das hier gewünscht hat. Und dann dachte ich. Okay. Ich habe jetzt zeittechnisch. Jetzt nicht so die Kapazität für ein ganz großes Let's Play. Aber mal so eben ein Video. Das ist ja kein Ding. Und dafür gibt es jetzt hier ein bisschen Red Dead Redemption 2. Die Grafik ist geil. Der Style ist geil. Es fühlt sich einfach richtig cool an. Also Lockstar Games. Wir wissen einfach wie es geht. Oh mein Gott. Es sind auch Gesetze-Süter hier überall. Ja der Schottenlord hat manchmal so seine kleine Verbrecher-Phase. Egal. Ich hau hier einfach mal kurz ab. Und versuche nicht zu verrecken. Ja und ansonsten Oktober heißt für mich, dass da noch zwei Sachen kommen. Das eine ist, dass ich Besuch bekomme von meiner allerbesten Freundin. Und da weiß ich jetzt noch nicht, ob ich irgendwie davor Zeit habe, um was vorzuproduzieren. Oder ob ich mal so ein paar Tage lang dann einfach out of order bin. Und dann am Ende des Monats gibt es Halloween. Sprich Special Sachen. Zwei Stück. Das eine ist natürlich Dekoration. Projekt Schottland. Und andere Sachen, je nachdem, werden gruselig. Und ich möchte unbedingt eine Sondersache herstellen. Also da habe ich schon im letzten Monatsaufgift... Boah! Ach. Ich hoffe... Ne, das kann ich... Ich lasse es jetzt einfach drin. Zensur ist böse. Das sind nur Polygonen. Das sind keine echten Menschen. Ja gut. Also ich werde ein Sondervideo herstellen. Und dieses Sondervideo finde ich halt mega, mega cool. Eieiei, das hat den ja völlig zerfetzt. Ah! Okay. Dieses Sondervideo ist auf jeden Fall mega cool. Oh, ein neuer Hut. Ja, ich brauche einfach immer einen Hut. Das geht nicht ohne. Und der steht mir auch wieder gut. Nice. Aber hell finde ich irgendwie besser als schwarz. Egal. Auf jeden Fall. Dieses Sondervideo soll ein interaktives Video werden. Das erste, was ich so überhaupt gemacht habe. Wieder ein paar Polizisten. Los! Ja. Und das wäre natürlich ziemlich nice, wenn das klappen würde. So wie ich mir das vorstelle. Oh, Mann. Und dann würde ich ja sagen, ein gruseliges Setting würde dann passen. So Halloween Special. Und irgendwann einmal kommt auch nochmal ein richtig, richtig großes interaktives Video. Aber das Projekt ist echt gigantisch. Da habe ich mich ein bisschen übernommen. Alleine bei der Planung schon hat man gesehen, dass das so nicht reicht. Aber irgendwann, irgendwann wird es kommen. Und das wird dann mein absolutes Meisterwerk. Und das hat diesmal nichts mit Minecraft zu tun, sondern es ist ein ganz anderes Spiel. Aber das eignet sich einfach sehr gut für solche interaktiven Sachen. Hauptsache, YouTube ändert da nicht irgendwelche Dinge, dass das ganze Teil dann plötzlich nicht mehr funktioniert. Das ist ja dann nervig. Also wie gesagt, zwei Minecraft Sachen plus Halloween. Das ist das, was auf jeden Fall fest drin steht. Und dann vielleicht noch so ein paar Kleinigkeiten, wenn ich nochmal irgendwie Tipps und Tricks für Minecraft veröffentlichen möchte. Zum Beispiel meinen Fehler in der letzten Folge, wo ich ja die Autobahn irgendwie falsch gebaut habe. Da werde ich auf jeden Fall am Montag drüber reden. Das war ein bisschen doof. Aber es hätte auch beides sein können. Egal. Und da werde ich mal so ein paar Dinge ausprobieren. Oh, schon wieder gesetzt ist wieder los. So viele Leute wollen ja einen Fehler. Also da werde ich auf jeden Fall ein paar Dinge ausprobieren und mal testen, wo Monster spawnen und wo nicht. Und dazu mal eine Folge machen. Und darüber hinaus werde ich mir einfach ein paar Gedanken machen und überlegen, ob es vielleicht auch mal ein neues Computerspiel gibt. Welches vielleicht gerade neu erschienen ist. Jo Leute, ich habe alle abgeknallt. Niemand ist mehr übrig. Aber meinen Hut habe ich schon wieder verloren. Das heißt, schon wieder ein Neuer für mich. Okay. Danke dafür. Es kommt demnächst ja auch der Thief Simulator 2 raus. Ich meine, während ich jetzt gerade die Leute ausraube, passt das ja irgendwie dazu. Da könnte ich ja vielleicht auch mal was zu machen. Und eventuell gibt es ja auch irgendein ganz neues Spiel. So als erster Teil. Und da gab es vorher noch nichts davon. Ich werde einfach mal die Augen aufhalten und schauen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen restlichen Tag. Und dann bis zum nächsten Mal. Und ganz liebe Grüße an den Ben. Ciao.